Ich habe mich oft gefragt, warum? Warum ich? Warum aus dem Ruhestand zurückkehren? Und dann wurde mir klar, ja, ich muss es tun. Ich schulde es den Menschen, die für diese Bank arbeiten. Ich schulde es der Bank, die mal mein härtester Konkurrent war. Und ich schulde es mir. Ich wusste, dass das alles nicht einfach wird und dass viel verändert werden muss. Aber wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, kann ich feststellen, dass wir doch schon sehr viel erreicht haben. Und das hat mir das Vertrauen gegeben, das Ziel höher zu setzen. Ich wollte schon immer für eine Bank arbeiten, die alles verkörpert, was eine Bank sein muss. Ich wollte schon immer für die Bank arbeiten. Jetzt haben wir die Chance, die Bank zu werden. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Also sollten wir diese Chance nutzen. Sie kommt nur einmal. Es wird nicht leicht werden, aber wir werden es schaffen. Und wir werden nicht ruhen, bis wir es geschaffen haben. Deshalb ist das Leitmotiv für unsere neue Werbekampagne. Wir werden nicht ruhen. Es wird die erste Werbung sein, mit der wir seit zwei Jahren an die Öffentlichkeit treten. Und es wird viel mehr sein als eine Werbekampagne. Wir werden nicht ruhen, wird Ausdruck von unserer Ambition, unserer Haltung und unserer Verantwortung sein. Für jeden Einzelnen von uns. Angefangen mit mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020